Ganz ehrlich, diese eine Aktie kaufe ich immer, denn sie ist meine persönliche Lieblingsaktie. Bislang haben wir noch nie ein Video über sie gemacht, sondern nur mal ganz vereinzelt am Rande in Videos erwähnt. Doch jetzt wartet sie mit weiteren Neuigkeiten für die Anleger. Welche Aktie das ist, warum ich sie persönlich so feiere und was die News dazu sind, all das erfährst du in diesem Video. Also los geht's! Herzlich Willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute lege ich etwas offen und verrate dir, welche Aktie ich tatsächlich immer kaufe und welche meine persönliche Lieblingsaktie am Markt ist. Denn ganz aktuell steht sie im Rampenlicht an der Börse und darüber möchten wir unsere Zuschauer, also auch dich, natürlich aufklären. Vorher noch der Dank an alle unsere Zuschauer und auch an den Unterstützer dieses Videos, nämlich meinen persönlichen Lieblingsbroker aktuell, Scalable Capital. Mit riesiger ETF und Aktienauswahl, neuerdings schon ohne Mindestorderhöhe und sowohl per App als auch am PC und Desktop nutzbar. Schau am besten gleich mal über den Link unten in der Videobeschreibung, welche Sonderaktion für unsere Zuschauer dort wartet und vergiss natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr Videos mit Finanznews und Aktienanalysen. Wir freuen uns auf dich! Jetzt kommen wir aber zu meinem persönlichen Lieblingsinvestment bei Aktien und den Gründen, warum ich das Unternehmen so stark finde. Es handelt sich dabei um den amerikanischen Chip-Giganten Nvidia, der in den letzten 10 bis 20 Jahren immer mehr Marktanteile für sich beanspruchen konnte und besonders in den letzten Jahren mit nur kurzen Korrekturen von hoch zu hoch eilt. Dies belegt natürlich auch der Langzeitschart eindrucksvoll, denn stand die Aktie im August 2004, also vor 17 Jahren, noch bei rund 2,87 Euro, so wird sie heute mit über 670 Euro und vor kurzem sogar mit 700 Euro gehandelt. Was einem prozentualen Zuwachs von 23.300% entspricht oder anders ausgedrückt mehr als eine Ver-230-Fachung. Aus einem Euro wären also jetzt schon mehr als 230 Euro geworden. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Natürlich ging es dabei nicht zu jeder Zeit nach oben, was in dem geglätteten Chart gar nicht mal so sichtbar ist, aber beispielsweise, wie du hier sehen kannst, in den Jahren 2006 bis 2013 gab es auch für die Anleger viel auf und ab und das teilweise mit Abschlägen von 70% zwischenzeitlich, um dann nach sieben Jahren erst wieder beim Ausgangswert anzukommen. Das möchte ich auch hier nicht unerwähnt lassen bei all meiner Euphorie zum Konzern. Aber natürlich gehört das bei Aktien immer dazu und gerade Tax-Aktien können natürlich auch für Abstürze anfällig sein. Doch Nvidia trotz diesen Schwankungen kann nachhaltig mit ihren Geschäftszahlen glänzen, zu denen wir aber gleich noch kommen. Für alle, die aber Nvidia nicht ganz so gut kennen, beziehungsweise sie vielleicht nur mit ihren Chips für Grafikkarten in Verbindung bringen, was ja auch der bekannteste und bislang wichtigste Bereich dort ist, möchte ich aber noch kurz die anderen Felder im Konzern nennen. So sind sie ebenfalls tätig, neben den Grafikkarten fürs Gaming, wie sie es nennen, auch mit Chips für Hochleistungsrechner, Datenzentren und Cloud-Anbietern. Wobei gerade bei den Cloud-Diensten eigentlich alle riesigen Anbieter wie Amazon, Alibaba, Google und Co. mit Nvidia zusammenarbeiten. Dazu kommt dann der dritte Bereich mit Chips für professionelle grafische Anwendungen und Visualisierung und ganz spannend, für die nähere Zukunft auch sehr interessant, eben auch in der Autobranche tätig, als Lieferant für Chips mit ebenfalls großen Partnern. Hier werden ja gerade durch Elektrifizierung und das autonome Fahren viel mehr Chips in Fahrzeugen verbaut als früher und dieser Trend wird wohl noch lange, lange anhalten. Gut für Nvidia und auch gut für dessen Anleger. Die mit deutlichem Abstand größten Umsatzbringer bleiben aber die Gaming-Grafikkarten und eben die Chips für Datenzentren. Ich könnte hier noch zwei Stunden über ihre interessanten Bereiche und Felder sprechen und man muss sich nur mal in den neuen Quartalsbericht reinschauen, was sie alles so an neuen Technologien schon geplant haben. Und ich muss zugeben, dass ich wohl so viel mit dem Konzern verbinde, weil sie einfach besonders seit meiner früheren Jugend immer schon ein Begleiter waren im Bereich der PCs und ich mir damals nicht mal im Ansatz eine Grafikkarte hätte leisten können und als Junge hiervon geträumt habe. Umso mehr freut es mich natürlich, dass sie auch heute nach einigen Umstrukturierungen ihren Erfolgsweg wiedergefunden haben und ich mir jetzt tatsächlich auch mal eine Grafikkarte leisten können. Das bringt uns aber auch schon zu den Geschäftszahlen, denn die letzten Jahre sind dabei nun mal sehr gut gelaufen, bis, ausgeklammert etwas, das Sonderjahr 2020, da gab es einen Dämpfer, aber wie bei fast allen. Dennoch, alle drei wichtigen Werte, also Umsatz, Gewinn nach Steuern und Gewinn je Aktie, sind dort jetzt schon bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wieder auf Vorkrisenniveau und sogar noch übertroffen worden. Genauso ging es dann auch mit den Erfolgen im ersten Quartal 2022 weiter, welches tatsächlich schon zu Ende ist und die Zahlen hierzu am 26.05.2021 verkündet wurden, also da nicht wundern bei der Formulierung. Hierbei vermeldeten sie, dass der Gesamtumsatz mit 5,661 Milliarden US-Dollar im Vergleich mit dem ersten Quartal des Vorjahres, hier in der Spalte rechts als YY aufgeführt, um 84% gesteigert wurde und darunter in den Bereichen operativer Gewinn, Nettoeinnahmen und Gewinn je Aktie jeweils sogar um über 100% gesteigert werden konnte. Zugegeben, das erste Quartal im letzten Jahr war natürlich auch sehr schlecht wegen Corona und deswegen könnte man auch so übermäßig steigern, aber unterm Strich performen sie eben dennoch jetzt schon wieder höher als vor der Krise und das mit Steigerung von Quartal zu Quartal. Die Fortsetzung der Erfolge geht also tatsächlich steil weiter, was die Zahlen angeht und das ist ja auch eine wichtige Grundlage für weitere Kursanstiege in der nahen Zukunft, die ich mir als Anleger natürlich noch erhoffe. Und wo wir jetzt schon mal beim Kurs und dessen Anstiegen sind, es gibt dazu ganz aktuelle News und Vorgänge, wie angekündigt, nämlich am 19.07.2021 wird, oder je nachdem wann du dieses Video siehst, wurde ein sogenannter Aktiensplit durchgeführt. Zum Handelsstart am 20.07.2021 sollen demnach die Aktien im Verhältnis 1 zu 4 aufgeteilt werden. Bei einer Aktie hat man dann also 4 Aktien im Depot zukünftig, aber dafür wird auf der anderen Seite dann auch der Kurs durch 4 geteilt. Sollte die Aktie also zum Zeitpunkt der Splits vielleicht 700 Euro kosten, dann haben die 4 Aktien danach jeweils einen Kurswert von 175 Euro, also eben geteilt durch 4. Man verliert also als Anleger dadurch nichts und immer wieder werden ja solche Splits vorgenommen und das aus unterschiedlichen Gründen. Erst Mitte letzten Jahres haben das Tesla und Apple mit ihren Anteilen beispielsweise gemacht. Ist das also nun immer gut oder immer schlecht für uns Anleger? Tja, das kann niemand vorher so wirklich sagen und man auch überhaupt nicht pauschal beantworten. Positivdenker können sagen, dass dadurch gerade für die Masse an kleineren Anleger die Aktie wieder erschwinglicher wird, da sie eben nicht mehr 700 US-Dollar pro Anteil kostet, sondern nach dem Split nur noch 175 Euro und man dadurch natürlich bei den meisten Brokern diese einfacher erwerben kann, weil ja die Regel ist, dass man immer eine ganze Aktie kaufen muss an sich, bis auf ein paar Ausnahmen. Man hofft dadurch also mehr Nachfrage wieder zu bekommen für den Titel und damit natürlich auch steigende Kurse. Dies klappt auch oft, aber es ist nun mal keine Garantie, dass es sofort nach oben geht, denn negativ betrachtet ändert ein Split an sich am Unternehmen selber ja überhaupt nichts und an dessen Erfolg bzw. vielleicht sogar Misserfolg. Und gleichzeitig verschieben sich auch noch sämtliche Bewertungszahlen parallel und bleiben dadurch gleich. Nach dem Split bei Tesla beispielsweise ging es übrigens erst mal 15 bis 20 Prozent runter, weil in vielen Fällen die Gewinne der vorherigen Rallye einfach mitgenommen wurden. Und das kann auch durchaus bei Nvidia der Fall sein, nach den deutlichen Zuwächsen in letzter Zeit. Auch wenn es bei Tesla natürlich noch deutlich drastischer war und viel irrationaler. Auch bei Apple war nach starkem Anstieg zuvor mit dem Split im August 2020 erstmal so ein bisschen die Luft raus bzw. es ging tatsächlich von umgerechnet fast 105 Euro auf 90 Euro je Aktie runter im Kurs. Dies hielt aber nur kurz an, wie wir heute wissen. Und wer damals die Chance zum Kauf nutzte, was ich übrigens gemacht habe, wird sich heute wohl freuen über die aktuellen Kurse von den etwa 126 Euro. Ein Split bedeutet also nicht automatisch, dass es hoch geht und auch nicht automatisch, dass es runter geht. Und ich sehe die Gefahr bei Nvidia eher geringer als jetzt bei Apple oder bei Tesla. Dennoch muss man sich nun mal darauf einstellen. Und ich muss zugeben, ich würde mich sogar eher über einen kleinen Abschwung von vielleicht 15 oder 20 Prozent durch Gewinnmitnahmen freuen, da ich nun mal fest an die Stärke von Nvidia glaube. Das ist dann auch schon Teil meines persönlichen Fazits. Starkes Unternehmen, krasse Technik und Entwicklung, Vormachtstellung in ihrem Markt, überzeugende Zahlen vor und jetzt schon nach der Krise, eine riesige Nachfrage, wie wir gerade bei den Grafikkarten sehen und dann auch mit den Preissteigerungen und ein Markt, der weiter überdurchschnittlich wachsen wird. So zumindest meine persönliche Meinung. AMD wird zwar auch immer stärker und Taiwan Semiconductor sowieso. Über beide haben wir ja schon mal Videos gemacht. Aber ich glaube, in diesem Markt gibt es genug Platz und Nachfrage, dass alle drei ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben können. Mein Sparplan lasse ich dementsprechend sowieso weiterlaufen bei Nvidia und werde aber nun nochmal, auch aufgrund des Splits, verstärkt in der nächsten Zeit schauen, ob sich etwas günstigere Einstiege vielleicht sogar durch Gewinnmitnahmen bieten werden und dann durchaus auch nochmal einzeln nachkaufen. Wie immer ist das aber keine Kaufempfehlung für unsere Zuschauer und für dich auch nicht und nur meine persönliche Meinung. Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Damit bei uns dann aber auch alles ganz anders kommt und wie die 100.000 Abonnenten schneller mit deiner Hilfe reichen als gedacht, kannst du uns bitte ganz konkret helfen und dem Video einen Daumen nach oben geben, unseren Kanal abonnieren und am besten uns auch noch eine Nachricht in die Kommentare schicken. Der Algorithmus liebt das und uns würde das sehr, sehr freuen. Vielen Dank für deine Unterstützung, viel Erfolg in der nächsten Zeit bei der Geldanlage und ich freue mich auf das nächste Video mit dir, dein Finanzner Simon. und ich freue mich auf das nächste Mal.